Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das Thema Silvius Woche, also alle Kameranews, die gerade am Markt so ein bisschen am Laufen sind und die meiner Meinung nach erwähnenswert sind. Unter anderem heute mit dem Thema Canon, Samyang und auch Fujifilm. Da gibt es etwas Neues, was durchaus den einen oder anderen interessieren sollte. Und am Ende des Videos werden wir auch noch die Beiträge aus Instagram besprechen, also die mit dem Hashtag Silvius Woche getaggt wurden. So, wir fangen an mit Canon natürlich. Hier ist die EOS R5 und zu dieser R5 soll eine Nachfolgekamera schon seit letztem Jahr für dieses Jahr Gerüchten zufolge veröffentlicht werden. Das ist nicht der Fall besank und Gerüchten zufolge hat sich das Ganze wohl geändert und zwar soll erst 2024 eine Nachfolgekamera zur EOS R5, also EOS R5 Mark II oder wie sie dann heißen wird, dann auf den Markt kommen. Aber was Canon dieses Jahr noch bringen möchte, ist ein Update und zwar ein Firmware-Update, was zum einen die Performance stabilisiert, kleine Fehler behebt und auch die Möglichkeit bringt, 400 Megapixel große Fotos aufzunehmen. Das heißt, mit dem IBIS, der verbaut ist, erschiebt sich quasi dann um ein paar Pixel hin und her. Wenn du ein Foto aufnimmst, nimmt dann neun Bilder auf und errechnet aus diesen neun Bildern ein 400 Megapixel großes Bild. Ja, also wenn du für ein Stativ arbeitest und fotografierst in den Landschaften irgendetwas, wo sich nichts groß bewegt, den Case sehe ich. Ich sehe es aber auch bei Produktfotografen oder ja, so ein bisschen Modefotografen. Eher nicht, wenn Menschen sich darin bewegen, aber alles, was so still ist und du brauchst darin eine sehr große Auflösung, weil du quasi viel hineinzoomen möchtest, also mehr als üblich, dann sehe ich das schon. Ansonsten, für mich persönlich hat das, glaube ich, keine Relevanz. Es ist eher so eine Spielerei, dass man das mal ausprobieren könnte. Im Sinne von, ich kann mal sehr weit reinzoomen in das Bild, aber ich persönlich brauche das nicht. Ich werde das Firmware-Update trotzdem draufspielen, einfach um sicher zu gehen, dass die Kamera up-to-date ist. Aber alle anderen, die das brauchen mit den 400 Megapixeln, denen sei gesagt, das Update soll dieses Jahr kommen und zwar noch jetzt in den nächsten Wochen. Und dann viel Spaß schon mal beim Ausprobieren. Gehen wir weiter zusammen. Young, ich habe mir das Ganze hier ein bisschen nebenbei notiert. Und zwar hat Sam Young an einem Objektiv in den letzten Wochen und Monaten gebastelt, was einen Brennweitenbereich abdeckt, der vor allen Dingen für die Landschaftsfotografen durchaus sehr interessant sein sollte. Und zwar gibt es das Ganze eigentlich schon von einem anderen Hersteller, und zwar von Tamron. Das berühmt-berüchtige 35-150mm-Objektiv, was eine Anfangsblende von 2.0 hat bis 2.8 in 150mm. Der Eric Mack hat ja dieses Objektiv, grüße gehen raus. Und er selbst ist auch der Meinung, dass es wirklich ein perfektes Objektiv ist, wenn du draußen bist und nicht wechseln möchtest. Im Sinne von, du kannst von 35 bis 150 zum einen offenblendig fotografieren. Du kannst ein Objektiv verwenden und du hast die Möglichkeit zu schauen, dass du vielleicht gerade mit deinem Packmaß relativ kompakt bleibst. Und auch hier im Sinne von, du brauchst keine zusätzlichen Objektive. Das Objektiv an sich ist aber sehr groß, sehr schwer und auch sehr teuer, zumindest von Tamron. Und Gerüchten zufolge soll es wohl so sein, dass Samyang dieses Objektiv deutlich günstiger wohl verkaufen möchte. Es gibt auch schon ein Foto im Internet, wo geleakt wurde, dass es dieses Objektiv tatsächlich auch wirklich gibt von Samyang. Und mich würde interessieren, seid ihr der Meinung, dass ihr dieses Objektiv unbedingt braucht oder mal anschauen wollt, weil ihr vielleicht auch gerne nur noch ein Objektiv draußen dabei haben wollt und vielleicht für die extremen Weitwinkel oder Telesachen doch nochmal extra ein Glas mitnehmt. Aber für das Roundabout-Fotografieren wird dann wohl das reichen. Also schreibt mir das gerne hier in die Kommentare unter dieses Video, würde mich sehr interessieren. Dann kommen wir zu Fujifilm. Ihr wisst ja, ich fotografiere auch sehr gerne mit der X-T2 hier, aber es ist bei Fuji egal. Der Look ist wirklich immer sehr, sehr gut und gefällt mir auch persönlich sehr gut. Und Fujifilm soll dieses Jahr Gerüchten zufolge wohl noch vier neue Kameras bringen. Und zwar kam das Ganze bei der Präsentation von der Instax Mini 12. Als die vorgestellt wurde, wurde ein Zeitstrahl vorgestellt, da wurde gezeigt und am Ende waren vier Fragezeichen. Und das sollten Gerüchten zufolge wohl die Positionen von vier möglichen Kameras sein. Es wird also unter anderem vermutet, dass schon im Mai diesen Jahres eine neue Fuji auf den Markt kommen wird und dass auch eventuell eine Mittelformat-Kamera auf den Markt kommen soll, die die Performance von einer guten Vollformat-Kamera durchaus zeigen und abrufen kann. Das wäre natürlich krass, wenn du jetzt eine Mittelformat-Kamera kaufen kannst zum Fuji üblichen Preis. Die sind ja jetzt nicht so teuer wie die üblichen Mittelformat-Kameras. Und wenn du dann die Performance von einer Vollformat-Kamera abrufen kannst, dann ist das schon echt für meine Begriffe schon auf jeden Fall ein Killer-Feature oder eine Killer-Kamera, wenn man so möchte. Weil das Problem oder das Manko meiner Meinung nach bei den Mittelformat-Kameras ist, dass sie sehr langsam, sehr träge sind und auch viele Funktionen gar nicht anbieten, die du mit jeder anderen Kamera in der Regel aufrufen kannst. Die beispielsweise ein gutes Videobild ohne einen zusätzlichen großen Crop oder eine hohe Serienbildrate, wenn du das brauchst. Das sind alles so Dinge, die kannst du mit den Mittelformat-Kameras in der Regel nicht abrufen. Aber wenn du dir so eine Kamera kaufst, weißt du auch warum. Dann siehst du vielleicht auch dieses Video hier gar nicht von mir. Aber du weißt in der Regel, warum du so eine Kamera brauchst. Und in der Regel sind das auch dann Daseinsberechtigungen, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt dieses und jenes Feature aus dem Vollformat-Bereich, sondern mir kommt es auf die Bildqualität an. Denn das ist meistens das Hauptargument, weshalb Mittelformat-Kameras von dementsprechenden Zielgruppen gekauft werden. Aber mich würde interessieren, ob ihr eine Fuji bereits besitzt und ob ihr der Meinung seid, wenn was Cooles Neues von einem Fujifilm rauskommt, das schaut ihr euch an oder vielleicht kauft ihr da sogar was. Also schreibt das gerne hier in die Kommentare unter dieses Video. Auch das würde mich sehr freuen. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir noch zum Thema Hashtag Silvios Woche. Ich habe mir wieder Bilder rausgesucht und zwar heute wieder drei Stück, die ich unbedingt besprechen möchte. Und anfangen möchte ich mit Sonja Hermannsdorfer.foto. Sie hat ein Bild vom Eibsee gepostet und ich selbst bin ja auch ein Riesenfan vom Eibsee. Und ich mag dieses Foto sehr, weil sie zum einen einen Swipe-Post gemacht hat, wo du quasi etwas weiter rausgezoomt das Foto siehst und dann wieder weiter etwas reingezoomt im zweiten Bild. Finde ich sehr cool. Und sie hat eine sehr, sehr schöne Perspektive. Sie ist weiter runtergegangen und zwar ist das ungefähr einem ersten Drittel rechts vom Eibsee, wenn du diesen Rundweg läufst. Und da, wenn du weiter runterläufst zum Strand, dann kannst du dort dieses Foto machen. Und mir gefällt es, dass sie im Vordergrund daran gedacht hat, einen Baumstamm einzubinden oder irgendwas im Vordergrund mit einzubinden und nicht nur den See und dann die Berge zu zeigen. Finde ich sehr, sehr cool. Hier der Tipp an der Stelle. Hier hätte ich vielleicht, wenn du bei Tagessicht fotografierst, ein Stativ mitgenommen oder mit der Kamera versucht, etwas länger zu belichten, damit das Wasser vielleicht ein bisschen smoother aussieht. Aber das ist jetzt die Frage des persönlichen Geschmacks, je nachdem, was du machen möchtest. Ich persönlich bin der Meinung, dass Wasser etwas besser aussieht, wenn es sich nach Bewegung aussieht. Also anfühlt im Sinne von, es sieht aus wie Bewegung, wenn das Ganze ein bisschen Dynamik drin hat und wenn das Wasser eben nicht eingefroren ist in der Bewegung, sondern ein bisschen smooth ist. Das muss keine Langzeitbelichtung von fünf Minuten sein, aber so ein bisschen. Ansonsten sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also Sonja Hermannsdorfer, vielen Dank, dass du den Hashtag mit benutzt. Dann als nächstes habe ich ein Foto von Mouton2707. Und zwar ein Foto aus der Serie aus Hohenstein. Das ist eine Burg. Ich vermute die Burg Hohenstein. Ja, könnte sein, denke ich. Fotografiert mit einer Sony A7 IV, hat er drunter geschrieben. Und richtig schön zur blauen Stunde. Und das ist richtig cool, wenn du Burgen fotografierst oder kleine Dörfer, kleine Örtlichkeiten, die die Straßenbeleuchtung noch so ein bisschen zeigen, wo du die Häuser in drin beleuchtet hast, quasi in diesem gelb-orange Ton und hast dazu die blaue Stunde im Himmel. Das sieht geil aus, weil du zum einen die Komplementärfarben blau und orange hast. Das sieht ja immer schön aus, also sehr ansprechend fürs Auge. Und zum anderen wirkt das im Foto nochmal irgendwie angenehmer. Und das schaust du echt gerne an. Also bei diesem Foto habe ich wirklich Freude, das Ganze anzuschauen. Vor allen Dingen hast du das Ganze etwas länger belichtet. Vermute ich zumindest, weil die Wolken im Himmel smooth verwischt sind. Hier habe ich einen Tipp für dich an der Stelle. Und zwar rechts oben in der Ecke sieht man von dem Baum noch ein bisschen, der da in das Bild reinragt, dass er sich bewegt hat und da ist Bewegungsunschärfe vom Baum drin. Da hätte ich entweder den Baum rausgestempelt mit Photoshop und Lightroom. Das ist ja heutzutage kein Problem mehr. Oder ein Bildwinkel gewählt, wo der Baum nicht drin ist. Denn das Problem ist, wenn du Bäume oder irgendetwas hast, was sich bewegen kann und du machst eine Langzeitbelichtung, hast du natürlich Bewegungsunschärfe drin. Das willst du, wie beispielsweise bei Wolken oder bei Wasser. Aber bei Bäumen willst du das in der Regel nicht. Demzufolge, hier würde ich vielleicht beim nächsten Mal darauf achten, dass du es entweder rausnimmst aus dem Bild oder du fotografierst das so vom Motiv her, dass der Baum gar nicht zu sehen ist und dann ist dieses Problem mit der Bewegungsunschärfe nicht drin. Ansonsten, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Bild. Also auch hier, schaut gerne mal bei ihm vorbei und lasst gerne mal ein Abonnement und ein Like da. Und als drittes gibt es hier ein Foto in einer Zusammenarbeit von creativechaos.jpg wahrscheinlich JPEG und KiteHeViking. Okay, ich schreibe es einfach mal hier rein unter dieses Video. Es ist egal. Die beiden haben ein Foto aufgenommen im Black Forest, haben sie geschrieben, also im Schwarzwald. Und richtig cool, zu einer schönen Moody-Stimmung. Also es war ein bisschen neblig zumindest oben im Wald, sieht es aus. Auch so ein bisschen blaue Stunde, so ein bisschen diesig drin. Richtig, richtig cool. Mit der blauen Jacke ist es wirklich auch ein cooler Farbakzent. Finde ich sehr, sehr cool, gefällt mir sehr schön. Hier vielleicht auch der Tipp an der Stelle, ich hätte vielleicht eine andere Farbe mit der Jacke genommen. Vielleicht sowas wie gelb-orange oder rot-grün wäre auch noch gegangen, aber eher so in die Richtung rot-gelb gehend. Das hätte sich perfekt abgehoben und hätte auch einen tollen Kontrast zu dieser blauen Moody-Stimmung gegeben. Also hier beim nächsten Mal vielleicht einfach eine andere Jacke einpacken. Aber ich kenne das Problem, ich selbst habe auch meistens gerne lieber die blaue Jacke an auf Fotos, weil das einfach meine Farbe ist und ich das gerne bei Landschaftsfotos haben möchte, demzufolge. Auch das ist nur so ein nett gemeinter Hinweis an der Stelle. Ansonsten ein sehr cooles Bild. Schaut gerne auch mal hier bei den beiden vorbei. Lasst ein Abo hier und schaut euch das Bild an. Lasst unbedingt gerne ein Like hier. Also in diesem Sinne erstmal vielen Dank an euch alle, die diesen Hashtag Silvius-Woche benutzen. Und wenn du gerne hier in diesem Video mal gezeigt werden möchtest, dann benutze einfach den Hashtag Silvius-Woche auf Instagram, wenn du deine Bilder dann mit Tags und veröffentlichst. Und dann sehe ich das in der Übersicht und dann kann ich mir auch das Foto rauspicken und dann hier für dieses Video auch mit verwenden. Ja. Dann sind wir schon wieder beim Ende des Videos. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben hier. Wenn du der Meinung bist, Kameranews interessieren mich jetzt nicht wirklich und das Video ist schon wieder viel zu lang dazu, dann gerne einen Daumen nach unten. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, gerne ein Abonnement hier da lassen auf dem Kanal. Dann unterstützt du mich und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.